Hallo, ich bin der Yara, ich tanze Ballett, bin elf Jahre alt. Ich bin die Rebecca, ich bin 15 Jahre alt und spiele seit fünf Jahren Rugby. Ich bin der Simon, bin zehn Jahre alt und mein Hobby ist Voltigieren. Ich heiße Lena, bin zehn Jahre alt und ich bin Ringer. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 5, 7, 10, 10. Zu diesem Hobby bin ich gekommen, weil ich die Musik toll finde. Im Ballett kann man sich in verschiedene Rollen versetzen beim Tanzen. Meine Mitschüler finden das eigentlich ganz cool. Nur hat sich leider bis jetzt noch keiner getraut, das selbst mal auszuprobieren. Am Rugby gefällt mir gut, dass es ein sehr fairer Sport ist. Und wenn ich nach der Schule Aggressionen abbauen will, dann kann ich hier richtig reinhauen und habe dann meinen Kopf komplett frei. Wenn ich jemandem erzähle, dass ich Rugby spiele, dann schauen sie immer erst mal alle doof, aber dann sind sie sehr interessiert und wollen wissen, wie das so ist und warum ich das spiele. Ich bin der Obermann, auch Flieger genannt. Das ist der, der immer ganz oben ist. Mir macht auch daran Spaß, dass man halt mit anderen zusammen ist, turnt und man auch ein bisschen Mut dafür braucht. Los geht's! Aufrechter Ring, Vorwärtsgang! Ich bin schon seit drei Jahren Ringerin und das hat mir viel geholfen, selbstbewusster und eher selbstbewusster zu sein. Mir macht Ring auch deshalb Spaß, weil wir Mädchen sind genauso gut, manchmal auch besser als Jungs bei Wettkämpfen und auch internationaler sind wir deutlich stärker als die Jungs. Ich bin schon seit drei Jahren Ringerin und das hat mir weiterschön, aber das ist die Jungs rausgekommen.